Es kommt ein Fahrrad, ich suche das Fahrrad. Ah, das kann ich. Das ist noch zwei Längen zu früh. Nee, du hast keine FH2. Das ist scheiße. So früh würde ich nicht da rüber hier machen, dann glaube ich nicht da. Ja, mal gucken, wo er hinläuft. Das kann aber sein. Ja. Man vertut sich, wenn man hier vorne steht. Ja, ja. Wenn und fällt, bis sie dann anders aussieht. Vor allem, weil der so schnell läuft. Genau. Er fühlt sich ja sicher. Ja, ist richtig. Genau, ganz so richtig. Christoph war als Führer auch erstmal ein Schreck. Was? Christoph war als Führer auch erstmal ein Schreck. Der kann jetzt schon abgehen. Aber der rennt die Pferde ab, ja. Oh, ist doch schnell. Die Wittlung von der Pferde hat er was früher gekriegt. Und es beruft er auch zweimal ab. Ja, ja. Der erste Hund, der da vorne in der Auto sitzt. Ja, ich weiß. Wie heißt der? Dario. Der Hund heißt Damon. Da habe ich gesagt, das läuft. Da habe ich gesagt, das läuft. Ja. Da habe ich gesagt, das läuft. Das ist besser. Das ist gut. Das steht nur da rein. Das ist eine geile Warte. Das ist eine geile Warte. Ja, das ist gut. Da ist schon blöd. Wir haben jetzt aber langsgedrehs getroffen. Ich würde dich jetzt haben. Was soll ich denn beim Warte wirklich da anfangen? Wenn ich da anfange, bin ich da noch so. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020